Servus, hier ist Dominik Bittner von Red Bull München und wir dürfen heute dabei sein, wie die letzte Lisene an den neuen SAP Garden angebracht wird. Hier hinten liegt sie schon und es werden noch die letzten Vorbereitungen getroffen, damit die montiert werden kann und wir sind schon gespannt darauf, wie es aussieht, wenn sie oben angebracht ist. Wir hatten ja 260 Lisenen an der Stückzahl und keine Lisene ist gleich, also wir haben Differenzen in der Höhe, in der Geometrie, sprich die längste Lisene ist an die 20 Meter lang, die kürzeste ist 11 bis 12 Meter lang und natürlich variieren die auch vom Gewicht, also man weiß nie genau wie viel Gewicht hat eine Lisene, die schwersten waren wir bei einer Tonne bis 1,3 Tonnen, die kleinsten waren bei 600 bis 700 Kilo, also das ist natürlich auch ein riesen, riesen Ding gewesen. Gut, dann wollen wir mal zusammen noch die letzte Schraube rein, den wir letztlich sehen, oder? Sehr, sehr gerne, freue mich drauf. Ich denke, die kann montieren, die Hände gehen. Ja, danke. So, es ist vollbracht. Das letzte Lisenen-Stück, das letzte Puzzleteil wurde einwandfrei angebracht. Da oben ist es. Schaut wirklich super aus. Ich kann es kaum erwarten, bis der SAP Garden im September endlich aufmacht und ihr könnt euch jetzt schon eure Dauerkarten für die kommende Saison sichern. Ja, danke. Vielen Dank.